Ja, es hat nicht alles. Oh, scheiße. Sie werden des Mordes verdächtigt. Und Sie wollen sicher nicht zehnmal gegen die Wand da laufen. Sie sind doch nicht stumm, oder? Komm und begrüß unseren neuen Chef. Hallo. Ich bestehe auf einer offiziellen Abholung. Mit Einsatzkommando. Runter! 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 Hin weg! Was fickt der Boll? Polizei! Keine Bewegung! Kriminalpolizei! Gunwald Larsson! Legen Sie die Waffe weg! Warten Sie! Warten Sie! Auf den Boden! Auf den Boden! Legen Sie die Waffe weg! Warten Sie! Ich werde Vater! Der bloße Verdacht, dass es sich um eine Terroristenzelle handelt, verschärft die Lage natürlich. Kids, deren Hobby es ist, in geschlossene Gruben zu kommen. Du wirst also einen dänischen Kollegen bekommen. Und er ist, in geschlossene Grube es ist, in geschlossene Grube es ist, in der Sorge in der Sorge. Und geht es um eine Terroristenzelle hier. Aber die Sorge in der Sorge... Oder man darfst du in der Sorge. Das, in des dreistenden Karte in der Sorge in ihr seid. Bis zum nächsten Mal.